Erst nach hinten. Achso. Ja, da kriegen wir doch auch so hin. Oh, hier sind viele. Okay, okay. Drei, zwei, nein, nicht drei, zwei, jetzt komm! Nein, ich war doch so nah dran! Moin Leute, wir verschwenden keine Zeit und starten sofort mit dem Level von Ich-Bin-Geil-Eins, Paluten-Opa-Kart. Es ist schwer, aber machbar. Opa-Kart! Erstes Level, Schoko-Kart. Ja, bin ja sehr gespannt. Okay. Scoreboard, etc. gibt's alles. Ja, schickes, schickes Schoko-Auto. Okay, easy. Kein Problem für uns! Der war nicht da! Oh, cool, yo. Ähm. Bin ich tot? Ich bin tot. Hä? Aber, guck mal, ich mein, wir fahren doch noch. Aber ich kann gar nichts mehr machen. Der hat auf jeden Fall, denke ich mal, sein Unterkörper bei diesem Manöver verloren. Und dementsprechend, ja. Ist er down? Get down! Komm schon! Opa? Jawohl, warte, warte. Richte dich kurz. Okay. Das Opa-Kart ist ein Ding zu lang. Ich mein, ich komm hier nicht links. Obwohl, warte. Komm schon. Und wieso ist denn hier eigentlich die Finish? Oh! Oh, die Finish-Line. Oh, jetzt. Wir können uns immer noch nicht drehen. Ich glaube, wir müssen... Ja, perfekt. Sieht auf jeden Fall gesund aus, wie er da autos... So fahre ich übrigens auch immer Autos, oder? Nein! Ach, komm! Das ist wirklich ziemlich schwer. Ich mein, es ist zumindest... Sieht man, dass er sich Mühe gemacht hat bei diesem Level. Ah. Ihn hat's völlig zerrissen. Okay, Opa. Let's get ready to rumble. Was soll ich denn machen? Ich... Okay, warte mal. Jetzt sitzt... Ja, okay. So sitzt kein Schwein im Auto. Ist ja natürlich... Warte mal. Ich bremse einfach. Bremsen. Ja, genau. So, jetzt einfach ganz langsam. Jawohl. Nein! Zu langsam! Warte mal. Wir holen uns noch mal ein bisschen Schwung. Jawohl. Okay. Jawohl war das definitiv nicht. Wir rollen einfach ein bisschen zurück. Und mit Schwung. Mit Schwung. Komm, komm, komm. Jawohl. Komm, jetzt musst du dich einfach nur... Warte, warte, warte. Er kann sich noch nicht drehen. Jetzt kann er sich drehen. Komm. Bitte. Bitte lieber. Drück die Daumen, Leute. Drück die Daumen. Ja, ja. Warte, warte, Opa. Einfach nur eine Drehung. Er hält sich noch fest. Es ist noch nichts verloren. Es ist nichts verloren. Jetzt muss er nur die Drehung hier hinbekommen. Perfekt. So, jetzt geht das Ding runter. Bitte. Bitte lass hier den Victory sein. Komm, 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 komm. Komm, komm. Jawohl. In 58,77 Sekunden. Schönes Level, Bro. Palutin One von Zumbrax. Hey, Palle. Das ist mein zweiter Teil von der Reihe One. Ich hoffe, es gefällt dir weiterhin. Okidoki. Alles klar. Wir sind... Wir sind... Nein. Ich dachte schon, da geht es auf gar keinen Fall weiter. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Okay, okay, okay. Jetzt die Landung vorbereiten. Sohnemann verloren. Kein Problem. Das... Unser Bein sah auch ein bisschen komisch aus. Ok. Wir können das Ding schaffen. Wir fliegen auch irgendwie immer automatisch hier rüber. Ich mache jetzt auch zum Beispiel keine Links-Rechts-Taktik oder so. Wir müssen jetzt... Oh, das ist echt... Wann, dann vielleicht sollte ich mal bremsen? Aber ich selbst... Okay, so bringt das was. Okay, jetzt kriegen wir sogar den Jump Boost. Und dann muss der Drops gelutscht sein. Von wegen der Drops war gelutscht. Der war nix. Nix war da tutti fruity. So. Jetzt mal hier. Einfach nur ein bisschen easy landen. Und jetzt nicht mehr irgendwie nach vorne drehen. Oder muss es das sein? Der Victory. Zwei Sterne kann ich nicht nachvollziehen. Paluten Mini 2 von Deniliches 7. Hey, Palette, das ist die Fortsetzung meines ersten Levels. Ich hoffe, es gefällt dir. Und den anderen. Oh, genau. Ei. Dreieck Paluten. Dieser Slow-Part kam aber auch ziemlich überraschend. Der kam wie aus dem Nix. Okay. Und dass die Leute immer noch den Slow-Part als erstes bauen. Ich habe vor 100, 150 Parts. Can you make the second stage? Wieso ist das denn jetzt schon wieder auf Englisch? Oh, hoi, 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 hoi. Das ist einfach immer so super super. Also da hat er geschrieben, I love Paluten. Oh. Ja, läuft bei uns. Nein. Und da kommt der Bottleraden. Warte mal. Jawohl. Warte. Und jetzt fliegen wir hier. Hey, genau. Oh, nein. Mine, 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 mine. Das schaffen wir im Leben nicht. Oh. Das war so klar. Aber das ist eine gute Taktik hier mit der Mine. Zack. Oh. Okay. So gut war die Taktik nicht. Aber jetzt. Jetzt. Ich sag's euch. Zack. Okay. Vielleicht mit dem Vorderrad. Jawohl. Ich hab aber Angst, dass er gleich wieder splasht. Oh, oh, oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Da hier. Und jetzt. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Und der Bottle Run. Komm, Junge. Oh, komm. Wenn jetzt hier der Victory ist. Jetfall. Nein. Und dann das erste. Das erste will dieses Spiel mich verarschen. So. Komm, 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 komm. So, warte kurz. Oh Gott. Nein. Nein, du sollst nicht splaschen. Noch mal ein bisschen mehr Schwung. Jawohl. Nein. Ja, toll. So funktioniert. Aber wieso hat das jetzt ein paar Mal funktioniert? Und jetzt. Und. Hör doch auf. Du bist doch da komplett. Du hältst dich doch sogar noch da fest. Jawohl. Jetzt. Was machst du denn? Hör auf. Dich in der Mitte zu sieben teilen. Ja. Was? Ach toll. Jetzt muss ich das auf die altmodische Art probieren. Und. Ah, ich habe diesen blöden Slow Part vergessen. Der nervt einfach nur. Es macht keinen spielerischen Sinn, da einen Slow Part hinzusetzen. So, komm. Jetzt kurz hier. Stopp. Komm, jetzt gibt es wirklich keinen Grund von dir irgendwie wie seine Beine einfach. Also, ganz easy hängen die da so ein bisschen rum. Okay, Leute. Fahren hier hin. Geben ordentlich Gas. Okay. Machen jetzt den easy peasy Bottle Run. Warte mal. Oh, der Jetfall. Vielleicht sollte ich auf dem Fahrrad bleiben. Egal. Hopp. Bitte nicht. Bitte nicht. Komm, komm. Bitte, 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 bitte. Danke, lieber Happy Wheels, Gott. Danke für diesen Victory. Palutin Minecraft Quiz von The Dazer. So, Palutin und die anderen. Mein First Level war ja nicht so, aber das ist ein Minecraft Quiz. Ist sehr kurz. Aber hat mir Mühe gegeben. PS, wenn ich noch eingestellt ist. Dann Segway-Typ. Danke fürs Spielen und Hululu ist noch in Arbeit, aber ist egal. Spielen. Hatten wir das nicht schon mal? Ich bin mir eigentlich... Wir probieren das einfach mal. Das war doch der Typ, der jeden Buchstaben irgendwie am Anfang groß schreibt. Was braucht... Ja, dieses... Was braucht man für eine Full Rüstung? Hatten wir schon mal. Palutin zu cross, öscht. Von Dracken sang Palutin. Palutin, dieses Level wird dir deine Gehirnzelle wegsprengen. Nicht. Okay. Erst nach hinten. Achso. Ja, dann kriegen wir doch auch so hin. Oh, hier sind viele. Okay, okay. Drei. Zwei. Nein. Nicht drei, zwei. Jetzt komm. Nein, ich war doch so nah dran. Warte. Wir machen das in einem Rutsch. In einem Rutsch. Jawohl, Mist. Da wäre der First Try. Der wäre möglich gewesen. Palutin Win von Justin Spielt. Nein, Balle, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Kennst du mich noch vom Stream? Justin Spielt. Der Name sagt mir so spontan nichts. Aber Leute, es sind auch manchmal so teilweise 1500 bis in Galaxy Streams 4000 Leute dabei. Kann man sich leider nicht jeden Namen merken. Beste Grüße, Justin DeBabbo Pass. Das Level ist schaffbar. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt wirklich einen Namen erkenne, dann sage ich das auch. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie so, oh ja, Justin, ja doch, dich kann ich auf jeden Fall noch. Da möchte ich schon ehrlich sein. Es gibt halt einfach Leute, verdammt, die kennt man einfach im Laufe der Zeit. Sei es nun, wenn sie irgendein irgendwas Sinniges schreiben oder einfach schon jedes Mal dabei sind. Wie die ganzen Splasher, die auch ingame immer dabei sind. Die merkt man sich halt irgendwann. Mann, joo, Gott, war das knapp. Alter Schwede, da lief das mein Leben aber nochmal in Kurzzeit durch meine Augen? Ihr kennt das, das ist ja in Filmen immer so. Oder wenn die sagen, okay, ich habe das Leben, das Leben lief nochmal vor meinen Augen ab. So ungefähr war das. Paluten Versucher ist von Venture HD. Paluten, das ist mein erstes Level. Bitte sag, ob es dir gefallen hat und ob ich mehr machen soll. Liebe Grüße, Venture HD. Okay. Warte fünf Sekunden. Oh, nee, nee, ich möchte keine fünf Sekunden warten. Das ist jetzt immer so die Frage. Ich sage natürlich, jeder soll eigentlich weitermachen, weil man kann sich ja immer steigern. Aber wenn man jetzt im Grunde genommen, wenn ich nochmal ein Level in der Qualität, muss nicht unbedingt sein, lieber Venture HD. Aber versuch dich zu steigern. So, der hat auch schon letztens seine Verwarnung bekommen. Paluten Trolling, kurzes Trolling Level für dich. Trolling 100%. Ich bin gespannt. Okay, slow, slow, slow. Lieber Kevin, lieber, lieber Kevin, bitte. Kommt da schon wieder irgendwann eins von, von, also, eigentlich, das Level war auch wieder nicht pralle. Und ich weiß auch nicht, was daran Trolling war. Das ergibt keinen Sinn, Bro. Nun gut, Paluten Superjump 2 von Marv. Hallo, Palle, mein zweites Level von mir, besser als das letzte... Was? Hallo, Palle, mein zweites Level von mir, besser als das letzte sich und noch viel Spaß. Diese sich hat absolut keinen Sinn gemacht. Psst, hier unten. Nee, 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 nee. Psst, hier unten ist wahrscheinlich, äh, psst, du bist gleich tot oder so. Ja, warte, ein bisschen, ein bisschen, Pogo. Pogo. Näh. Nach langer Zeit gibt es mal wieder ein Pogo Level, oder? Habt ihr, habt ihr schon, habt ihr schon so redig vermisst? Okay, brecht ihr nichts? Nichts brechen, nichts brechen. Okay, easy. Ja, ein bisschen, ein bisschen hier rüberspringen. Habe auch wirklich lange nicht mehr gemacht. Also, so, alle paar, paar Folgen passen das immer. Weil das ist ja letztlich nur hier irgendwo rüberspringen. Oh, elegant, wie ein junger Hüpfer hüpfen wir... Ah, okay, verdammt. Wir sind ja immer so gut in, in einer Einsprungkombination rübergekommen. Jetzt haben wir hier aber gerade ein paar Probleme. So, jetzt aber... Nee, jetzt hängen wir hier schon wieder an der Kante. Aber jetzt... Huh, nein, okay, warte, oh. Ja, war, war kurz spannend mit dem Kopf. Na komm, jetzt... Spring noch! Und jetzt... Nein, was machen wir denn hier? Komm, Bro. Jawohl. Und jetzt direkt der nächste. Elegant. Nicht so elegant, aber dafür dieser Sprung. Yes! Okay, weiter geht's. Schlangentechnik. Und ein weiter Sprung. Oh, hier geht's noch weiter. Was ist das denn für ein langes Pogo-Level? Hey. Das ist ja richtig anstrengend. Zack. Oh, der könnte ein bisschen... Bisschen kompliziert werden. Aber hier stehen wir gerade... Perfekt würde ich mal... Nee, nee, nicht ganz so perfekt. Jawohl, jetzt nur noch da oben rüber. Huh! Und... Zieh dich durch. Und jetzt ab ins Ziel. Komm. Und da unten ist es. Jawohl, in 113 freaking Sekunden. Leute, das soll's gewesen sein für heute mit Loss. Happy Wheelers! Wenn's euch gefallen hat, lasst ne kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch, wie immer, noch einen schmackhaften Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal bei Loss. Happy Wheelers! Bis zum nächsten Mal bei Loss.